Eine, fast feuer Waffenabwehr und die Zanktion auch eine, da braucht es nur zwei und das macht vor allem jetzt jeder eine unterschiedliche Zanktion. Was ist das? Weil wir halten Sie mir. Ich weiß es. Gehen wir mal vielleicht mit oder mit falsch die Waffe wechseln? Ich helfe ganz gerne, dass der Angreifer mit der Waffe in diese Richtung zieht. Okay. Geh auf das Magazin oder solltest du gleich weg, bitte. Stopp! Finger rein. Nicht drinnen lassen. Jetzt für Übungsstrecke Finger rein. Gerne. Ja. Die Problematik ist also bei der Technik, wenn man es bei der Prüfung macht, kann man sie ganz leicht in der Finger brechen. In der Finger drehen. Das heißt immer Finger lang bei wenigsten. Ja. 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 Ja.